ja hallo ich bin der wari und ich habe die fits in the bottle challenge mitgemacht und habe diese flasche gepackt für zwei leute hier sind zwei große sägen drin mit griff also nicht nur das sägeblatt zwei messer zwei zahnbürsten großes tap und so weiter und so fort diese flasche hier ist schwer hier klappert nichts und die ist bis oben hin voll ich habe tagelang gebraucht um das zu packen jetzt pack ich sie wieder aus als erstes wie man sehen kann es ist ploppt gleich hoch aber wenn der dickel drauf schraubt ist alles plach die ist richtig voll hier sind gummimaden drin zum angeln zehn meter messingdraht das sieht ein bisschen komisch aus hier das habe ich eingeknickt das macht nichts ich habe eigentlich wirklich nur die luft raus gelassen und habe es eingeknickt das ist wasserentkeimung von ration1.de ein tropfen für einen liter das hier reicht für 120 liter 12 milliliter sind drin es reicht für 120 milliliter so hier ist ein strüppel dran weil hier sind überall strüppchen dran um die sachen auch raus ziehen zu können wasserentkeimung da ist noch ein brüllwürfel rausgekommen das sind die kleinen von magi was haben wir noch drin ein kleiner karabiner dazu komme ich später so hier sind noch noch weitere gummimaden das sind bienenmaden zum angeln kunstköder oh nee das darf ich jetzt nicht aufhalten das muss ich hier ist eine kleine tüte die ist ja die war nicht richtig zu schön hier ist doktor bronze 18 in 1 waschmittel drin da reicht ein tropfen aus um sich die zähne zu putzen kann sich auch mal so waschen dann sind hier kleine kaffeepads da habe ich oben das leere abgeschnitten und den rest zugeklebt mit klebeband das ist hier espresso ohne zucker ohne milch zwei ganze da ist noch eine gummimaden da ist noch ein brüllwürfel das war keine gute idee die seife in diese plastik tüte zu packen das ist nämlich auch aufgegangen so hier ist ein löffel den müsste ich jetzt als nächstes ausziehen weil der ist wichtig ja komm her genau da ist ein großer löffel wo hinten ein haken ran geschliffen ist um jetzt zum beispiel weitere dinge hier raus zu holen aber das muss jetzt erstmal in der mitte das ding hier raus das ist nämlich ein plastik schlauchbeutel und der ist voll mit espresso pulver das reicht für zehn tage für zwei leute klemmen wir mal hier rein damit das jetzt nicht aufgeht so ein bisschen ist raus gefallen von dem kaffeepulver aber das macht nichts so hier haben wir paracord beziehungsweise feierparacord das sind sechs meter feierparacord habe ich entwickelt mit nylonschnur damit es ein bisschen straffer wird hier habe ich mir eine dosierhilfe gemacht für das espresso pulver wenn man das kleine säckchen jetzt hier sozusagen voll macht mit dem espresso pulver dann reicht es für eine tasse also den espresso dann als kaffee trinken so dann haben wir hier drinnen ja da ist die seife ein bisschen ausgelaufen gut hier müsste ich also für die seife hätte ich einen anderen beutel nehmen müssen das hier ist ein beutelnetz ist jetzt natürlich ein kleines bisschen verschmutzt von der seife und den kaffeepulver aber das ist ein dünnes netz was man bei manchen obstständen bekommt zum einkaufen damit kann man kleinere fische fangen kann insekten fangen oder man kann sachen transportieren gegenstände so jetzt kommt die säge die erste säge die muss ich abwischen das ist die opinel die habe ich so flach geschliffen und so klein geschliffen dass die hier rein passt und trotzdem noch einen ordentlichen griff hat und außerdem habe ich mir hinten ein loch hinein gebohrt wo ein feuerstahl drin steckt den feuerstahl kann ich mit der säge rückseite selbst anreißen das sollte ich vielleicht nicht auf den tab machen guckt hier oben natürlich raus aber es stört beim sägen nicht die opinel mit eingelassenen feuerstahl so was haben wir noch drin mein mora knife an dem mora knife hier habe ich mir was angeklebt damit es in der flasche auch da passt und zwar sind das zwei das zweite und ein großes das messer habe ich abgeschliffen hier vorne der schutz ist ab und hier hinten auch und trotzdem noch als komplett griff damit ich es immer noch handhaben kann außerdem habe ich mir hier vorne einen haken angeschliffen damit ich mir mal irgendwas aus dem feuer holen kann ein drahtbügel oder irgendwas die rückseite hat hier einen kleinen anschliff damit ich feuerstahl anreißen kann und das ist das mora knife aus dem hellwig was oder hornbach hellwig hornbach weiß ich jetzt nicht genau für sechs euro geiles messer unübertroffen bisher habe ich schon seit bestimmt fünf jahren in benutzung so weiter geht's was ist hier an der schnur dran ah ja was ganz lustiges aber ich glaube ich muss jetzt die andere siege rausholen das war am tisch alles ein bisschen einfacher mein game changer das ist nämlich auch eine säge und ich habe hier in der säge nochmal zehn haken reingepackt ein big feuerzeug und ein victorinox messer ach so und hier ist nochmal ein meter exzenter gummiband aus dem sportbereich ein meter mal ich weiß nicht was das für eine größe ist zwei zentimeter breit glaube ich und ein meter lang mit dem gummiband kann man sich schleuder bauen pfeilen bauen oder eine angelhilfe bauen damit die angel flexibel ist oder irgendwas anderes es ist halt exzenter gummiband ein big feuerzeug das ist hier klebeband elektriker klebeband das kann man relativ lang ziehen kann es nochmal als schnur verwenden oder halt auch nochmal woanders dran kleben außerdem ist hier ein gummi drumrum damit der hebel nicht gedrückt wird paar mal rumgewickelt so ein einfacher ringgummi aus dem bastelbereich so dann ist hier noch dran eine packung haken es sind verschiedene haken fünfer sechser zehner unter anderem auch welche mit loch kann ich aber auch noch ein bild einblenden und ein victorinox in dem victorinox sind zwei pinzetten statt des zahnstochers den fand ich blödsinn deswegen habe ich hier zwei pinzetten reingepackt ganz einfaches victorinox ohne säge das kleine und jetzt kommen wir noch zu der säge die ist nämlich richtig geil das ist eine rollbar klappsäge richtig cooles ding eine seite grob eine seite fein und japansägen arbeiten auf zug das heißt mir kann es nicht passieren dass wenn ich die säge reindrücke ins holz dass ich sie dann verbiege und abknicke finde ich richtig klasse das ding so und dann kommen wir noch hier noch zum anderen game changer so so da haben wir hier außen habe ich noch drum rumgeklebt schön sachte machen hier gaffa klebeband gaffa klebeband ist bei eine eine lupe fressende linse in kreditkartengröße zwei zahnbürsten ich denke mal die länge genügt noch ein ground sheet das habe ich in der plastitüte drin gelassen weil ich würde es mit dem klebeband eventuell kaputt machen was ich hier rum gewickelt habe damit es schön klein ist die äußere tüte die reißt jetzt beim auspacken deswegen hatte ich sie drum gelassen genau so war es gedacht das ground sheet selber soll nämlich nichts kaputt gehen das ist auf dem ultrawander bereich das ist auf dem ultrawander bereich und da soll hier nichts rum fliegen so und als kochgefäß habe ich zwei becher den einen habe ich ein bisschen eingedengelt damit der hier auch rein passt und diese becher haben außerdem noch eine bohrung links und rechts da kommt nämlich dann der messingdraht zum einsatz dass ich es anhängen kann dass ich es über feuers hängen kann dass ich meinen kaffee trinken kann der ist mir nämlich sehr wichtig so ich packe das jetzt nochmal alles hier ein bisschen ordentlich hin es kommt nämlich noch was die gummimaden die sollten eigentlich fünf sein ach so sind ja fünf und die ausgelaufene seife ja passiert halt aber auch so lernt man halt draus also wir haben das netz für kleine fische insekten oder um sachen zu transportieren der ganze krimskrams muss ja auch da irgendwo hingepackt werden da wollte ich eigentlich die außentüte verwenden von dem ground sheet wasserentkeimung 120 liter 6 meter paracord Entschuldigung 6 meter fire paracord da ist diese da ist diese wachsschnur hier mit drin dr bronners 18 1 seife ist leider ein bisschen ausgelaufen haken gummimaden linse messingdraht zehn meter messingdraht zwei brüfel ok der hier hat sich voll gesorgt mit seife den kann man nicht mehr essen obwohl ja ist egal zwei espresso eine dosierhilfe für zehn espresso also haben wir hier zwölf espresso diese kleine tüte reicht für zwei tassen deswegen diese dosierhilfe exzenter gummiband das war noch zwei ach so das ist hier noch dran so das war noch am klebeband mit dran zwei kleine tücher ein großes tuch das legt man im wasser und dann quillt es auf ein meter gaffer tape ein big feuerzeug zwei kleine becher fassungsvermögen 85 milliliter hier die flasche selbst eine räubersäge eine opinel zwölf säge ein mora messer ein taschenmesser und ein löffel mit haken so und das das packe ich jetzt noch aus die sind ja 14 tage zu zweit und was gibt es nicht schöneres als wenn man was gibt es nicht schöneres wenn man dann zu zweit der war nur zum schutz der joker karten spielen kann ein gesellschaftsspiel mit dem man viel machen kann punker mau mau skat fascians und was es noch sonst nicht alles gibt ein satz skatkarten so das war alles in meiner flasche ich hoffe ihr hattet hier ein paar könnt hier ein paar ideen mitnehmen dieses netz hier sieht furchtbar dreckig aus mir ist ein kleines bisschen von dem kaffee ausgekippt und mir ist dieses tütchen hier ist irgendwie nicht ganz dicht gewesen das hätte ich vorher vielleicht mal testen sollen mit wasser oder so dr brunners 18 in 1 seife drin das ist hier nur noch ganz wenig es war eigentlich bis zur hälfte gefüllt und hätte auch gereicht um sich mal duschen zu können gut jetzt nach dem auspacken ist man ein bisschen schlauer müsste man eine andere tüte nehmen die hätte aber oben noch reingepasst die kleine tüte da war ein ganz kleines bisschen luft gut ich könnte diese gummi maden ja auch auspacken und einzeln reinschmeißen und dann hätte ich auch so ein tütchen ich habe an zwei leute gedacht so ein kleines ding zum trinken ist gar nicht verkehrt und ich kann hier auch mal naja ein bisschen was pilzsuppeartiges zubereiten ist zwar nur wirklich so ein kleines ding aber es würde funktionieren zahnbürsten ich habe natürlich an meinen partner gedacht und es sind zwei da drin das sind bambus zahnbürsten selbst die borsten sind aus der natur und man kann diese zahnbürste theoretisch so wie sie ist in wald schmeißen und sie verrottet vollständig ist kein plastik das war es jetzt von mir ich wünsche euch weiterhin viel spaß beim rumprobieren und dass diese säge hier funktioniert das zeige ich noch so 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 hier das waren glaube ich fünf acht cm denke ich mal mit dieser säge hier ist es sehr energiesparend zu arbeiten weil man pumpt nicht wie ein man sieht die einfach nur durch fertig sehr einfach damit zu arbeiten geile säge die glority 20 ist es jetzt ist aber gut Vielen Dank.